Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Infovideo. Ja, morgen am 24.01. um 19 Uhr findet ein kleiner Forza Motorsport 7 Multiplayer Livestream statt. Und ja, jeder der den Ray abonniert hat, wird sich jetzt wohl denken, hm, der hat doch auch schon was hochgeladen. Genau, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr vorbeischauen. Das ist nämlich sein Infovideo, denn er hat mich gefragt, ob ich Bock gehabt habe, da mitzumachen. Und das streame ich natürlich dann auch, damit ihr eine Sicht mehr zur Verfügung habt. Ganz klar, wenn ihr mitmachen wollt, alle Infos dazu eben in Rays Video einfach vorbeischauen. Ich kann euch schon mal so viel sagen, wir werden zwei Rennen fahren, a 45 Minuten, einmal Tag und einmal Dämmerung Nacht, so ungefähr. Mit den zwei Klassen GTLM, also mit den GTs und den Prototypen. Aber ja, alles genauere findet ihr wie gesagt in Rays Infovideo. Alles andere, ja, ihr seht ja schon, Livestream ist schon geplant, alles drum und dran. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit dabei sein. Ich würde mich natürlich freuen. Und ja, wie gesagt, morgen 19 Uhr hier auf dem Channel, seid dabei, genießt das. Ich würde mich freuen. Bis dorthin, haltet die Ohren steif. Morgen kommt Vormittag, beziehungsweise tagsüber nochmal ein Video, ganz normal. Abends dann, wie gesagt, der Livestream. Ich bin jetzt aber raus. Tschau Leute. Bis Morgen. Bis morgen. Ich könnte mich jetzt gehen, bis morgen! Vielen Dank.